Ja, herzlich willkommen wieder beim Bastler. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der nächste Teil von dieser Tischplatte und ich habe hier eine interessante Konstruktion gebaut. Die zeige ich euch gleich etwas näher, nach dem Intro. Ja, hier ist eine Konstruktion, um diese Bretter, die ich habe, diese Eichenbretter, nochmal zu planen. Weil der Fehler war wahrscheinlich, dass ich die einseitig nur habe hobeln lassen und dann ist es so, dass halt scheinbar auf der anderen Seite es ja immer noch sehr porig ist und da die Feuchtigkeit immer noch einziehen kann. Obwohl hier auf dieser Seite wahrscheinlich nichts reinkommt, weil die Poren zu sind durch das Hobeln. Deswegen haben sich zwei, drei Bretter etwas geschüsselt, also so eine Konvex-Eigenschaft und ja, ich will jetzt nicht neue Bretter holen, möchte das gucken, ob ich das mit der Oberfräse eventuell planfräsen kann. Dafür habe ich diese Konstruktion und die gucken wir uns eben kurz ein bisschen näher an und dann starte ich den ersten Versuch. Ja, wie man das glaube ich ganz gut sehen kann, ist es in der Mitte halt tiefer. An den Seiten schüsselt es sich etwas hoch und das werde ich jetzt mal versuchen mit dieser Konstruktion das auszugleichen. Hatte natürlich dummerweise schon diese Nuten und Zapfen gemacht. Ja, hat sich dann herausgestellt, dass man da eigentlich keinen Teller draufstellen kann, weil dann wackelt das alles. Es ist halt bei diesem Brett extrem. Das ist auch das schlimmste Brett, was dabei ist. So, jetzt habe ich das auf einem Tisch, den ich vorher versucht habe, ziemlich, ja nicht in Waage, aber gerade zu haben, dass also da nicht noch ein Bogen drin ist. Habe mir hier noch eine Schranktür, natürlich eine alte Schranktür genommen, die lang genug war, die ich auch jetzt sehr plan drauf habe. Das habe ich vorher mal geprüft auch. Liegt hier jetzt drauf, habe ich festgezwungen und habe an dieser Seite was festgezwungen und habe diesen dann mit Keile arretiert. Und so, dass ich meine, dass es plan ist. So, jetzt könnte man sagen, ja schieb es doch einfach durch einen dicken Hobel oder einen Hobel. Noch habe ich keinen, aber das nächste Problem ist leider, es dreht sich auch ein wenig. Hier ist eine etwas höhere Stelle wie da und hinten passt es ungefähr. Das heißt, wenn ich die durch einen dicken Hobel schieben würde, wäre es, würde es da genauso schüsselig wieder rauskommen. Zwar plan, aber eben verdreht. Und deswegen wollen wir es jetzt mit der Oberfräse machen und ja, die hole ich mal ran. Gucken wir uns mal an. Die Oberfräse habe ich hier auf einem Brett, was ich hier drüber her schieben kann, drauf geschraubt oder eingeschraubt mit einem Loch. Habe noch einen Stein drauf gemacht, damit das nicht nach hier weg kippt. Und jetzt werde ich das dementsprechend mit dem Hobel versuchen hier abzuhobeln. Mit dem Hobel, mit der Fräse hier abzufräsen. Und das könnt ihr jetzt vielleicht nicht sehen, aber das zeige ich euch noch. Den stelle ich dann so ungefähr auf die niedrigste Stelle. Nicht beim ersten Mal, aber ich will erst mal gucken, wie gut das überhaupt funktioniert. Vielleicht sage ich ja, alles Mist. Müssen wir uns doch was anderes einfallen lassen. Stelle ich den erst mal darauf ein. Und wie man sieht, schaut der Fräser da unten raus und werden dann hier mal drüber her rauschen. Und wie man sieht, schaut der Fräser da unten raus. Ja, wie man sieht, wenn man zu lange an einer Stelle verweilt, gibt es Brandspuren. Also müssen wir das im nächsten Durchgang vermeiden. Müssen wir uns mal rüber. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Und das eigentlich bezieht sich darauf, dass es die Konstruktion ein bisschen nachteilhaft ist. Weil man damit mitlaufen muss. Und das ist dann doch ein bisschen mühselig. Und sonst funktioniert es ganz gut. Ich habe dann noch einen Abstandsklotz gehalten, sodass er genau die gleiche Höhe hat wie der Fräser. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bloß, wie gesagt, man darf nicht stehen bleiben. Dann gibt es eine Brandspur. Und das ist nicht so schön. Sieht man hier auch so ein bisschen. Auf alle Fälle muss ich mir da noch ein bisschen was einfallen lassen, dass ich nicht so viel mitlaufen muss. Und auf diese Länge, dann sitzt man hier an einem Brett eine Stunde dran. Da werden wir uns dann nochmal was einfallen lassen, wie wir das mit dem Fräser machen. Wahrscheinlich mache ich mir da eine andere Konstruktion, die da so ein bisschen rüber beidseitig abgefangen wird. So, meine Konstruktion hat also zwei ziemlich gerade Platten auf diese Schrankwand, äh, Tür, auf die Wandtür festgeschraubt. Damit habe ich eine gerade Fläche, womit ich mit dem Hobel drüber herfahren kann. Und die Höhe ist, ist jetzt bei diesen 25,5. Meine Bretter sind alle schmaler und von daher passt das gut. Dann braucht man nicht so viel vom Fräser absenken, weil der Fräser hat ja auch noch eine gewisse Dicke, beziehungsweise die Auflegeplatte, eine gewisse Dicke. So, das habe ich jetzt hier zwischen festgekeilt. Hier ein Abstandshalter und hier ein Keil. Auf der anderen Seite genauso, damit der schön fest hier drin sitzt und nicht mehr wackelt. Das Loch, das Erstloch, da muss ich mir noch was einfallen lassen, ob ich das ausfräse oder so. Muss ich nochmal gucken. 13,1, 13,1, 12,7, 12,7, 12,7, 12,7. Da muss ich mir eine Anzeige anzeigen, wo ich am Rand langlaufe. Das ist ein 24 mm Fräser. Jetzt habe ich hier alle 20 cm einen Strich gemacht, sodass ich hier am Rand lang fahren kann. 20 cm, dann überdeckt er halt ein wenig mit dem Fräser. So ist es wahrscheinlich einfacher und dann nummeriert, damit ich mich nicht vertue. So ist es wahrscheinlich nicht vertue. Das habe ich gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber absolut gerade. So, bis hier auf dem Schluss, da habe ich noch ein bisschen. Aber ich bin schon sehr begeistert. So, und hier ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich brauche doch einen dicken Hobel. Zwei Gründe gibt es dafür. Einmal diese Streifen, die man hier ganz deutlich sehen kann, diese Glanzspuren. Und der zweite Grund, es ist doch sehr zeitaufwendig und arbeitsaufwendig, sechs Bretter beidseitig zu fräsen. So, diesen Abricht und dicken Hobel von Scheppach stelle ich nochmal im getrennten Video kurz vor. Bin soweit ganz zufrieden, aber zwei Meter lange Bretter, damit zu fräsen auf der Abrichte, ist für mich eigentlich fast unmöglich. So, wie die Maschine gebaut ist und für den dicken Hobel geht es schon, aber hat auch seinen Hobelschlag natürlich. Bis zum nächsten Mal. So, wie die Maschine gebaut ist. Und wenn man nicht übertreibt mit dem Hobel-Absparen, dann reicht auch eine normale Absaugung, die mit einem 50er-Hatero oder Schlauch verbunden ist. Und das erste Ergebnis sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, oder? Und jetzt werden wir die auf eine Dicke kriegen. Nein, jetzt werden wir versuchen, die auf eine Dicke zu bekommen, damit ich eine gleichmäßige Auflagefläche habe. Das macht das Weiterarbeiten einfacher, weil immer noch leichte Unebenheiten drin sind. Ich habe jetzt zwei Nuten in diesem ganz dünnen Brett gemacht und klebe da jetzt zwei Leisten drin. Die Nuten habe ich so circa zwei Millimeter tiefer gemacht, sodass die Leisten da schön drin passen und die etwas höher sind wie das Brett, weil das Brett ja zu schmal ist. Dann will ich hoffen, dass wir das gleich hobeln können. So, ich habe die jetzt mal festgezwungen, dass die Oberfläche zumindest in den Randbereichen stabil ist, weil die sich ja immer noch so ein wenig drehen. Das kriegt man ja mit keinem Hobel weg. So, und das Wichtigste ist ja eigentlich, dass die Teller stehen, ohne zu wippen. Ein bisschen ist immer drin, das kann ja auch manchmal an einem Teller liegen. Nur wippt. Also das müssen wir irgendwie noch ausgleichen. So, jetzt möchte ich die, dass die möglichst an der Oberseite plan aufliegen, damit ich die nochmal nachfräse. Wie gesagt, durch die Schüsselung und so weiter war das jetzt alles problematisch. Und ich hoffe, dass ich das jetzt so problemlos hinkriege. Mit alleine und so. Das ist alles schwer, ja. Wird nicht leichter, dadurch, dass ich noch Klemmen drin mache. So, wie ihr seht, ich habe jetzt hier ein Flacheisen 30x6 draufgeschraubt, damit ich das nicht immer mit Schraubzwingen hin und her händeln muss. Und damit ich da einigermaßen Höhe kriege und damit ich es händeln kann. Weil mit den langen Dingern, da wollen eine zweite Person, geht jetzt gerade nicht. Eigentlich wollte ich den, ne, mach ich mal später. Erstmal runden, einmal gucken, wie es aussieht. Bevor ich diese hier mache. Also diese Unwegsamkeiten, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die habe. Hm, ich kriege zu viel. Das gibt's doch nicht. Da will mich einer veräppeln. Ne, ne? Ich glaube, da will mich einer veräppeln. Ich zeige euch gleich, warum. Oder ich mache es gar nicht weiter. Nase voll. Es kann nicht wahr sein. Was ich vorher nach innen geschüttelt habe, schüttelt sich jetzt nach außen. Ey, das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein Holz? Ach, das ist Natur. Ja, hätte ich doch Kunststoff nehmen sollen. WPC oder wie heißt das? Boah, ey, ich kriege zu viel. So, ich habe jetzt möglichst im rechten Winkel diese zwei Eisen drauf geschraubt. Ich hoffe, es bleibt doch so. Jetzt drehe ich das Ganze um, um das mal liegen zu lassen, wie weit sich das irgendwie wieder nivelliert, gerade wie ich keine Ahnung. Ich mache das jetzt ein Holz, weil ich es nicht mehr so. Ich mache das Ganze um, um das mal ein bisschen zu machen. Ich mache das jetzt nicht mehr so. Ich mache das mal. So, ich mache das mal, wie ich das mal eins mache. Ich mache das mal wieder. Ich mache das mal. natürlich hat das liegen lassen nichts gebracht und so musste ich die bretter die da sich gewirkt haben noch mal durch den dicken hobel schieben super da ich ja noch einige hobeln musste und die abstände auch nicht mehr hundertprozentig waren musste ich ja noch ein bisschen schleifen und jetzt bin ich hingegangen und wenn ich hingegangen habe jetzt die zusammengezwingt mit dem abstandshaltern dann habe ich hier eine rechtwinklige platte draufgeklemmt die hier mit dieser seite in der flucht ist das machen wir hier die 90 grad einmal mit dem ding flank mit dem fräser dann sollte das gut sein der rest naja das passt so das müsste jetzt winkelig sein arretiert sein so und da mir der fräser hier rausgerutscht ist wenn ich jetzt auf alle fälle hingegangen habe mir einen schraubenschlüssel gesucht der in diesen schlitz drin passt von der breite her weil alleine durch diese arretierung mit diesem knopf das hat ja nicht geholfen hat man nicht genug kraft ausgehen können also so kann man wie eine das vernünftig zueinander ziehen wesentlich mehr kraft die man da aufbringen kann um das fest zu bekommen jetzt stellen wir die höhe noch mal ein glaube das ist wenig natürlich nicht nicht nur we nicht auch nicht So und da ich ja die Bretter erst nachdem ich Nuten, die Zapfen gemacht habe, noch mal gehobelt habe, haben die jetzt einen Hobelschlag noch hier gekriegt, auf dieser Seite. Weil das nicht schön aussieht, kürze ich den Tisch noch ein bisschen. Ein bisschen Reserve hatte ich ja noch, jetzt muss ich halt diese Zapfen alle einmal neu machen. Jetzt gehe ich hier mit dem Fräser dran lang, damit ich eine rechtwinklige Linie habe. So mehr nicht, macht es ganz Spaß mehr. Aber, aus Fehlern lernt man. Und jetzt probiere ich halt noch mal eine einfache Methode mit der Stichsäge aus. Dann brauche ich nicht das Ganze auseinander schrauben. Und es ist genauso effektiv, würde ich auch vorher machen können. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020